Okay, Frage erledigt. So, Nummer 24 hat man gerade, ne? Ja. 25. Barg Light. Da gab's die Edelstein-Plattform. Entschuldigung fürs Pfeifen. Das hört sich manchmal echt nicht so aus dem Mikrofon. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei meinem genau ist, aber... Meistens ist es nicht so viel. Okay. 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 Ja, das war's. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war. Wir versuchen es einfach. Das sind alle Edelsteine. Das ist eine gute Frage, aber mir fehlt, glaube ich, der Gelbe. Si! Dann war das doch das. Gut, dass du es gesagt hast, weil dann mache ich mir jetzt erst gar nicht die Arbeit. Gut, dass du es gesagt hast. Ich meine, das war das mit Akku, Akku, das nicht am Anfang als Tipp gesagt. Ich kann mir die Level auch nicht genau merken. Ja, ich höre meistens nicht zu, wenn du irgendwas sagst. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ah, okay. Nein! Hallo Konfi! Ich weiß jetzt nicht, ob's... Okay. Okay, um das dann einfach zu machen. Komm ich da dran? Haha. Haha. Deine Lippenbewegungen sind nicht ganz synchron. Dankeschön. Ach so, ja stimmt. Ich hab... Ach, ich bin dumm, ne? Nein. Jetzt war's falsch. Das war auf 750. Ich hab das auf 950 erhöht, das heißt ich hab 200 erhöht, das heißt ich müsste hier 700 eingeben. So, ich hoffe es ist jetzt besser. Weißt du, du hättest auch den Bodenplatscher verwenden können? Nein, ich brauch... Ich brauch... Ich muss das so machen. Boah. Wirklich besser. Sehr schön. Das ist schön zu. Schön! Yay! Okay. Dann können wir jetzt schon den Ange-Kampf machen und uns unsere heiß begehrten Dupertreter das besorgen. So. Dr. N. Coase. 侍ционistens. Oho Whole discard Takahum. Hihihi! Tut mir leid. An dieser Stelle sollte ich sauer sein. Vorwut Tobel, völlig außer mir. Schon wieder hast du meine besten Hand langer ausgetrickst und überwunden. Ich sollte mich darüber a-ern. Und wir sind tatsächlich zornig, aber du hast offenbar ein Detail übersehen, du kleiner, oranger, bunten Junge! Da du alle Kristalle gesammelt hast, müssten wir sie dir nur wegnehmen! Äh, nee. Ich hab einfach Lust zu streamen und ich wollte jetzt wieder regelmäßiger streamen, deswegen... Ja, hab ich mir beim letzten streamen... Zum letzten Mal, gib mir die Kristalle! Äh, beim letzten Mal hab ich mir halt aufgeschrieben, wann es ungefähr in einem Monat wieder Zeit wird zum streamen. Und ja, deswegen sind wir heute hier versammelt. Das bin ich nicht. Ich auch. Bisschen von selbst explodiert? Weil jetzt aufgelaufen bin, bin ich eigentlich nicht, oder? Was ist denn? Oh, jetzt habe ich das verpasst. Na, egal. Warum sind die so außermittig unterwegs? Bin ich nicht gut. Das war knapp. Wir sind von rechts, ne? Das war knapp. 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 Wieder besiegt, das ist nicht fair. Ich sollte mich wohl an einen schönen, großen Strand zurückziehen. Mit einem schönen, großen Drink. Und einer Frau mit schönen, großen Eisbeuteln. Es ist nicht vorbei, Beuteldachs. Es gibt immer noch die Edelsteine. Wir haben noch eine Chance zu siegen. Und dann haben wir noch eine Chance zu sehen. Penis, Penis! So! Das wollte ich auch gar nicht. Irgendwie kommt Crash 3 immer so kurz vor dem Vergleich zu den Vorgängern. Ja, irgendwie, weiß auch nicht. Mir auch. Wir gehen jetzt, glaube ich, erst mal nach unten. Gucken wir, es wäre hier noch so. Oh, es war. Sky-crazed. Hänge im Hai, da kriegen wir den gelben Edelstein. Area 51. Haben wir das noch nicht gemacht? Achso, ich dachte. Aber das können wir noch nicht machen. Okay, aber wir fangen schon mal hier vorne an. Wir machen die hier schon mal. Sky-crazed. Mit der ollen Coco. Von den Vorgängern zum dritten Teil hat man schon Skill eingesammelt. Eingesammelt vor allem. Angesammelt.